Samstag ist so langweilig. Ja, was können wir machen? Ich weiß nicht. Wir können ein Brettspiel spielen? Nein, das ist so dumm. Ich habe eine Idee. Wir können ein Haus räumen. Ja, das hört sich gut an. Wie können wir das machen? Ohne verhaftet zu werden? Schau den Fernseher an. Die Invisipill. Hallo, ich bin Dr. Gerd. Und ich habe etwas perfekt für dich. Das ist ein Produkt aus Amerika. Aber es ist so toll, dass wir es jetzt in Deutschland verkaufen. Die Invisipill ist eine schwarze Pille, aber nicht eine normale Pille. Diese Pille ist eine Zauberpille, die dich unsichtbar macht. Ja, unsichtbar. Ja, es ist ja einfach. Lesen Sie die Einweisungen und machen Sie, was da steht. Essen Sie die Pille. 10 Minuten nachdem, Sie die Pille gegessen haben, werden Sie ein bisschen kribbelig fühlen. Dann sind Sie unsichtbar. Wenn Sie unsichtbar werden, dauert es 6 Stunden. Achtung! Wenn Sie einen Mensch anfasst, dann sind Sie nicht mehr unsichtbar. Jeder Mensch kann dieses Produkt benutzen. Aber keine kriminellen Aktivitäten. Oh mein Gott! Die Invisipill! Ja! Es gibt 10 Pillen in einer Flasche. Eine Flasche kostet 100 Euro plus Verpackung und Transport. Sie werden Ihr Paket in 2 Tagen bekommen. Aber wenn Sie jetzt anrufen, dann können Sie 2 Flaschen auch für 100 Euro bekommen. Rufen Sie jetzt an, dann bekommen Sie die Invisipill heute. 1 800 Invisipill! Oh mein Gott! Die Invisipill! Hallo! Hallo? Invisipill? Wir sollen sofort bestellen. Ja, 2 Flaschen. Danke! Invisipill! Danke! Na, wir können das Haus räumen! Meine Hände fühlen kribbelig. Ja, mein auch. Und mein Bauch tut mir weh. Nein! Oh, das ist nett. Nein Franz, wir suchen nur für Geld. Das Geld. Es ist so dunkel, ich kann nicht sehen. Au, mein Fuß! Die Lampe! Die Lampe! Ja, ich weiß! Was soll das? Hallo? Wer ist das? Die Lampe? Mein Geld! Was? Wer ist hier? Versteckung? Nein, wir sind unsichtbar, Dunkelkopf. Hallo? Hallo? Was? Runen! Runen! Komm hier! Danke, Invisapil! Danke, Invisapil! Danke, Invisapilter. Vielen Dank.